Deswegen mag ich Batman so viel lieber als Superman oder so, der hat keine angeborenen Superkräfte. Der ist einfach ein ganz normaler sportlicher Mensch, der Geld hat und Gimmicks. Und so am Strich, wie Iron Man, nur cooler. Benutze Bad-Tag um Phosphor-Ruhestände aufzuspüren. Phosphor-Ruhestände aufzuspüren, wir haben einen gewinnen. Okay. Hm. Killing time. This is the right spot. So where did he go? Was denkst du denn, was wir die ganze Zeit machen? Die Trophäe heißt der Beste der Gimmicksals der Welt. My turn. Don't make me add your corpse to this graveyard. Belconi, why did he do this? I ain't telling you nothing. You can't make me talk. I ain't telling you, Jack. You trying to scare a confession out of me? I won't break. Your bones will. Ich möchte ihn eigentlich nicht schlagen. Ich will halt keine Schmerz. I know you can bleed to death without ever spilling a drop. All on the inside. Tell me the plan. Or I start swinging. Ich bin Angst. Fähne mich. Die Katrinin warst, die eine Briefe zu nehmen. Sie hat die Container-Nummer, die wir brauchen, aber sie flaket. Wir mussten es finden. Container-by-Container! Ja, jemand muss uns aufhören. Wir haben uns geholfen. Wir haben keine Beobachtung. Warum riskieren wir die Krieg mit der G.C.P.D.? Ein Beispiel von Chemikalien. Falcone hat ihn. Was sind die Chemikalien für? Wir haben uns geholfen, um nicht zu fragen. Ich beginne hier und bleibe, bis Sie antworten. Chemikalien, eine Art von Explosive, ein Weapon, ich weiß nicht. Falcone sagte er, er würde ihn benutzen. Wo? Das ist alles, ich weiß. Ich versuchte, ich versuchte. Ich würde ihn nicht ab, dass ich nicht weiß. Ich würde ihn nicht ab, dass ich weiß, oder? Du bist ein Einzelner! Jesus Christ. Dies sind Kampfen. Ich werde ein Busch nehmen. Ich nehme mir eine Bescheidung. Ich werde mich da besuchen. Ja! Da. Das wird mich dann. Die Worte. Das muss ich ganz nah. Die Musik. Das stimmt gar nicht! Ich war noch richtig nett zu dem! Ja, danke! Vielen Dank, Gordon! Ich befürworte Ihre Beförderung zum Commissioner. Das stimmt gar nicht! Das stimmt! Du bist ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich habe Ihren Gehalt. Du musst dir mit dem Infriger auch vorstellen. Es ist eine andere Format Little. Ich bin ein Kind. Ich bin ein Kind. Ich bin ein guter Mann, Bruce, gut, wie deine Eltern sind. Nicht verlieren Sie das. Ich will nicht sein, wie ein blöchner Mann auf dem Thema. Aber als Freund, die Angelegenheit fällt auf mich. Trust me, and I won't lose my way. It's quite understandable to stray from the path now and again. So long as you can find your way back. You bury the person, Bruce, but you never bury the memory. Sometimes I wish I could. That night, that alleyway. It made me who I am. I can't get it out of my head. That is your gift and your curse. Being Batman can allow you to turn back the tide of treachery that's reached this city shores or drown you in its sorrow. When you doubt your fate, remember why you started all this. Remember that boy in the alley. I won't for you. Neither will I. Well, back into the fray again. Ich guck mal, was sich jetzt im Codex alles geändert hat. Oh, alles. Habe überprüft für mich, warum Bürgermeister Hill mein Eigentum beschlagnet hat. Aber vielleicht sollte ich mir mehr Gedanken darüber machen, ob seine neue Freundin Selina Kyle Catwoman ist. Du musst dann auch drüber nachdenken. Sie weiß, dass ich Bruce Wayne bin. Darum muss ich mich bald um sie kümmern. Es hat sich herausgestellt, dass er zurück in der Stadt ist, um den Namen seiner Familie reinzuwaschen. Und er hat Carmine Falcone ins Visier genommen. Ich bin immer noch nicht sicher, was er plant, aber er wird Schwierigkeiten machen. Ja, natürlich wäre das. Ich habe mich vor ihm versteckt, nachdem ich den Zeugen an den Docks gehört habe. Ich habe den schluchtenden Falken die Nachricht von meiner Anwesenheit verbreiten lassen. Ich muss darauf vertrauen, dass Gordon hinter die Angst blickt, um zu erkennen, dass wir auf derselben Seite sind. Enthüllungsjournalistik in Gotham gezählt. Hä? Da stand aber vorher mehr drüber. Na gut. Ah. Okay. Was haben wir denn noch? Wir können uns jetzt hier das Dekodierte angucken. Was ist der Gotham-Feed? Korruptionsgerüchte beschmutzen Vermächtnis der Familie Wayne. Von Julia Martins. Seit langer Zeit galten die Waynes als eine von Gothams angesehensten Familien. Neue Vorwürfe bringen jedoch das Oberhaupt der Familie, Dr. Thomas Wayne und seine Frau Martha, in Verbindung mit den illegalen Machenschaften der Mafia-Familie Falcone. Sollten sich diese bewahrheiten und eine Untersuchung der aktuellen Geschäftspraktiken dies erforderlich machen, könnte das schwindelerregende Wayne-Vermögen, welches auf Milliardenhöhe geschätzt wird, von den Behörden beschlagnahmt werden. Das wäre schlecht, woher hat Batman dann sein ganzes Geld für die Gimmicks? Dies wäre ein schwerer Schlag für Bruce Wayne, den Erben, der den Beispiel seines Vaters gefolgt ist und das Geld für philanthropische Zwecke einsetzt. Dennoch, Dr. Wayne wurde vor zwei Jahrzehnten zufälliges Opfer von Straßenkriminalität. Obwohl Wayne die Anschuldigung nicht kommentiert hat, traf er sich im Anwesen der Familie Wayne in Gotham City mit Carmine Falcone, dem Oberhaupt der Mafia-Familie Falcone, was die Spekulationen nur zusätzlich befeuert. Batman kämpft auf Rathaus mit maskierter Gaunerin. Gaunerin ist ja ein geiles Wort. Also natürlich kenne ich das, aber dass das jetzt hier so verwendet wird, ist Verbrecherin, Dieben, irgendwann. Gauner ist so alt, wer benutzt es denn noch? Na gut. Von Connor Barton. Ein gewagter Überfall auf das Büro des Bürgermeisters Hamilton Hill des Bürgermeisters Hamilton Hill endete letzte Nacht in einer massiven Schlägerei zwischen Batman und einer maskierten Einbrecherin, die von der Polizei Catwoman getauft wurde. Der Kampf fand sein Jäsen in einem schockierenden Sturz von einer Seitenfassade des Gebäudes, der Catwoman Schicksal ungeklärt lässt. Ihre Söldnermannschaft konnte jedoch von den Behörden in Gewahrsam genommen werden. Weder das GCPD noch Repräsentanten der Hill Administration haben enthüllt, ob oder was aus dem Büro des Bürgermeisters entwendet wurde. Trotz des Ausgangs stellt sich die Frage, ob Batman die Einbrecherin hat laufen lassen. Wir können unsere Sicherheitsbelange nicht auf anonyme Leute in Verkleidung auslagern, sagte Commissioner Peter Grogan von Gothams Polizei. Man kann nie wissen, auf welcher Seite sie wirklich stehen. Oh, looks like that egg finally cracked. And inside it may or hill was hiding. More than I could have imagined. This is a complete manifest of Carmine Falcone's criminal organization. What in the world was Hill doing with all this? Illegal arms stealing, drug running, mob hits, money laundering. Falcone's been involved in everything. This is an insurance policy. Hill could expose Falcone if he didn't play along. That would explain why he's never made a move against him. Sure as hell better than any bodyguard. This is it, Alfred. With this proof, we can finally knock out Falcone's organization. Where would we possibly begin to dismantle it? This is a police matter. There's only one cop we can trust to handle this evidence correctly. Lieutenant Gordon. He could mobilize the entire police force against Falcone. What about that reporter from the Gazette? Vicky. Yes, Miss Vale. She could release this evidence through proper channels. I suppose it comes down to who you want to help most. Or who you think could do the most good. Das ist cool, das könnt ihr jetzt entscheiden. Sollen wir lieber mit Vicky, der Journalistin, reden? Oder mit Leutnant? Leutnant? Geil, Lieutenant Gordon. Ich tendiere tatsächlich zu Vicky, weil Gordon als Polizist natürlich sich an gewisse Regeln halten muss. Und wenn sein Vorgesetzter ihm sagt, du machst das jetzt so und so, dann muss er das halt machen. Sie dagegen ist ein bisschen freier. Okay, wir haben jetzt aber schon eine Stimme für Gordon. Ist noch jemand da, der eine Stimme abgeben möchte? Ich hatte noch ein paar Sekunden, wenn nicht. Na, ne, wir halt wollen. Na gut. Na gut. Na gut. Ich habe noch nicht versucht. Ich habe noch nicht gehört. Das... Das ist ein Schmuck. Und es wird die Falcone auf einmal. Ich möchte nicht wissen, wo du das hast. Nein, du nicht. Aber noch nicht. Ich muss eine Sache wissen. Warum das zu mir geben? Keine Ahnung. Ich mag das nicht. Ich habe gehört, dass du das letzte Honest ist. Ich habe genug Schmuck. Ich habe genug Schmuck in meinem Weg. Aber danke dir. Ehrlich gesagt. Ich weiß, dass diese Wahrnehmung hierhert werden kann, Falcone. Ich schlau mich wie ein Schmuck. Für einmal. Ich liebe dich, dass du mich hier anrufen hast. Ich muss eine Sache machen, Crystal. Ich kann es nicht kaufen. Also, du musst wissen, dass das nicht so wie, wenn du dich verletzt hast, wirst du dich mit deinem Weg verletzt hast. Was ist das, was du dich zu verletzt hast? Ich schlau mich, dass du dich zu verletzt hast. Das ist nicht die Frage. Es ist die Frage, es ist die Familie der Wayne. Du gibst dir mich. Wenn du dich zu verletzt hast, ich will singen, von der Schmuck. Wenn du nicht, ich will singen. Du musst verstehen, ich will wieder singen. Das ist ein Badge. Ich muss nachdenken. Ich bin von einer Schmerzen. Ich habe noch nicht nach Hause. Ich denke, das ganze Stadt ist eine Schmerzen. Wir gehen einfach durch. Das, was du hältst, macht es viel safer. Danke, Bruce. Na gut, Lieutenant? Hey, stick to Jim. Es ist fertig. Gut, so ist unser Hunt. Der Drone ist in Falcone, in einem Ort, called the Skyline Club. Aber du bist nicht für dieses Kindes. Der Drone? Na gut, ich kann immer in der Fahrt verändern. Der Drone ist in Falcone. Wow. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017